Meine Erlösung kommt von mir, Lektion Nummer 70. Wie oft habe ich doch schon gedacht, dass die Erlösung von irgendetwas anderem kommt. Wenn ich dann das Klassenzimmer, wenn ich in eine höhere Klasse komme, in der Schule und die Lehrer nicht mehr habe. Wenn ich von meinen Eltern weg bin, wenn ich endlich einen Job habe und eigenes Geld verdiene. Wenn ich mir ein eigenes Auto kaufen kann oder ein eigenes Fahrrad. Die Erlösung kommt, wenn ich dann einen guten Job habe, bei dem ich gut bezahlt werde. Wenn ich viel Urlaub machen kann und meine Dinge umsetzen kann, von denen ich glaube, dass sie mich glücklich machen. Die Erlösung, meine Erlösung, jetzt habe ich es. Alles andere war vorher eine Täuschung, aber jetzt weiß ich es. Die Erlösung kommt von der Partnerin, mit der ich jetzt zusammen bin. Ah ne, die war es nicht. Das war die falsche. Das ist schief gelaufen. Das kann ja passieren. Es muss eine andere sein. Ne, die war es auch nicht. Und so weiter. Ah ne, der neue Job ist es. Nein, das neue Haus, das neue Auto. Die neue Spiritualität, die neue Klopftechnik, die neue Aufstellungstechnik, die neue energetische Technik, das neue Buch mit den neuen Methoden. Und ach ja, du kennst die Geschichte, gell? Meine Erlösung kommt von mir. Und das mag. Aber daran kann man erkennen, wie groß das Umdenken ist, das von uns gefordert ist. Denn wir alle sind so gestrickt, wie das, was ich gerade aufgezählt habe. Und ich glaube, ich könnte noch den ganzen Tag irgendetwas erzählen diesbezüglich, wo wir unseren Frieden, unsere Freiheit, unsere Freude oder unsere Erlösung gesucht haben. Und was hat wirklich funktioniert? Hast du in mehr Geld deine Erlösung gefunden? Oder in der Scheidung? Endlich bin ich geschieden. Oder endlich bin ich mit diesem Mann oder mit dieser Frau zusammen. Endlich habe ich meinen Wunsch erfüllt und Kinder bekommen. Wir sprechen von Erlösung. Wir sprechen nicht davon, ein scheinbar glücklicheres Leben zu führen, sondern Erlösung im Geiste. Und die kommt nun mal nur von mir. Denn das, was ich gemacht habe, kann auch nur ich beenden. Das macht niemand außerhalb von mir. Das macht kein neuer Partner, kein neuer Job und auch nicht mehr oder weniger Geld. Das Problem ist letztendlich immer das Gleiche. Es ist jedes Mal, wenn wir denken, wir könnten hier oder da mehr Frieden finden oder Erlösung finden, vermeiden wir unseren Frieden. Vermeiden wir unser Glück. Vermeiden wir unsere Freude. Und natürlich werden wir intuitiv vom höheren Geist begleitet. Wir bekommen ständig intuitive Eingaben, dass wir dies oder jenes tun sollten oder dies oder jenes lassen sollten. Jeder von uns kennt das ganz genau. Aber wenn diese intuitive Eingabe dazu da ist, dass sie deine Erlösung sein soll, dann täuscht du dich. Letztendlich bedeutet die Erlösung, die Identifikation mit all dem, was wir uns gemacht haben, aufzugeben. Um endlich das zu tun, das zu tun können, warum wir hier sind. Wir sind hier, um zu heilen. Wir sind hier, um Heilung zu geben. Und in dieser Aufgabe wirst du ein so unbändiges Glück erfahren, dass es dich von den Socken haut. Buchstäblich. Aber es erfordert ein vollkommen neues Denken. Der Kurs ist ein Neuanfang. Und es ist nicht das Weitermachen wie bisher. Oder es dreht sich auch nicht darum, es kann auch nicht funktionieren, dass wir die versuchen, die beiden Denksysteme, die nichts, das Ego und der Heilige Geist, die nichts miteinander zu tun haben, verbinden zu können. Das wirst du nicht schaffen. Du wirst dich dadurch ständig im Konflikt befinden. Ja, aber ich habe doch einen Körper. Schon bist du im Konflikt. Ja, aber ich habe doch dieses Problem. Schon bist du im Konflikt. Ja, aber ich muss doch hier und da. Schon bist du im Konflikt. Jedes Muss ist im Konflikt. Jedes Wollen bringt Frieden. Wenn du intuitiv geführt wirst durch den Heiligen Geist, dann weißt du ganz genau, was jetzt ansteht. Ganz genau. Und du musst es nicht mehr groß rum erzählen oder irgendetwas. Du tust es einfach. Zack, ist es getan. Und du bringst Frieden für dich und für alles, was dich umgibt. Und so kannst du dann jedem begegnen, dem du begegnest, auf eine völlig neue Art und Weise. Du begrüßt das Licht in ihm. Danke für das Licht, das du mir jetzt gibst. Und schon empfängst du das Licht und nicht mehr deine Projektionen. Danke für die Freude, die du mir jetzt gibst. Danke für die Herrlichkeit. Danke für die Erlösung. Danke für die Liebe, die du mir jetzt gibst. So kannst du jedem begegnen. Meine Erlösung kommt von mir. Was ich gebe, empfange ich. Haben und Sein ist dasselbe. Und es ist keine Zeit, wenn ich dich im Licht begrüße. Danke für das Licht, das du mir jetzt gibst. Dann braucht es hierfür keine Zeit. Ich erfahre es sofort. Aber wenn ich noch irgendetwas machen muss, aus meinem speziellen Wissen heraus, dann braucht es wieder Zeit. Das Licht, das alles heilt, ist sofort verfügbar, wenn ich es in dir begrüße. Wenn ich es in jedem begrüße. Nicht nur in meinem Partner. Nicht nur in meinen Kindern oder meinen Eltern. Weil dann wird es schon ein bisschen eng. Ein paar Freunde noch, okay. In jedem begrüßen. Dann ist die Erlösung ganz nah. Und du bist ein glücklicher und du lebst in einem glücklichen Traum als glücklicher Schüler der Liebe. Jede Versuchung ist nichts weiter als irgendeine Form der grundsätzlichen Versuchung, den heutigen Leitgedanken nicht zu glauben. Die Erlösung scheint von überall her zu kommen, außer von dir selbst. Das gleiche gilt auch für die Quelle der Schuld. Weder Schuld noch Erlösung siehst du als in deinem Geist befindlich und sonst nirgends. Wenn du begreifst, dass alle Schuld nur eine Erfindung deines Geistes ist, wird dir auch klar, dass Schuld und Erlösung am selben Ort sein müssen. Wenn du das verstehst, bist du erlöst. Was für eine großartige Lektion. Und wenn du nur diesen Abschnitt verstehst, den ich jetzt vorgelesen habe, dann bist du erlöst. Dann hast du, dann hältst du die Welt an. Du stehst völlig still da und du erkennst dich als den Christus, den leuchtenden Buddha, die Liebe Gottes wieder. Meine Erlösung kommt von mir. Der scheinbare Preis dafür, dass du den heutigen Gedanken akzeptierst, ist dieser. Er bedeutet, dass nichts außerhalb von dir dich erlösen kann und nichts außerhalb von dir dir Frieden bringen kann. Er bedeutet aber auch, dass nichts außerhalb von dir dich verletzen oder deinen Frieden stören oder dich in irgendeiner Weise aufregen kann. Der heutige Gedanke übergibt dir die Obhut über das Universum. Die Dein ist aufgrund dessen, was du bist. Das ist keine Rolle, die nur teilweise angenommen werden kann. Und sicher fängst du langsam an, zu sehen, dass sie anzunehmen, die Erlösung ist. Nichts ist außerhalb von dir. Wie oft haben wir das schon gehört? Und wie schnell tappen wir in die Falle und glauben, dass meine Wut oder mein Groll deshalb da ist, weil irgendjemand irgendeinen Fehler gemacht hat. Weil irgendjemand nicht in meine Schublade passt. Weil irgendjemand irgendetwas tut, was mir gegen den Strich geht und was mich unglücklich macht. Es gibt nichts außerhalb von dir. Und hierin liegt deine Erlösung. Oder glaubst du wirklich noch, es ist andersherum? Hey, wir sind jetzt bei der Lektion Nummer 70. Und bei der Lektion Nummer 70, da können wir uns immer um dasselbe Thema. Es gibt nichts außerhalb von dir. Beginnst du langsam zu begreifen, dass es so ist? Dir mag jedoch nicht klar sein, warum die Einsicht, dass die Schuld in deinem eigenen Geist liegt, die Einsicht mit sich bringt, dass auch die Erlösung dort ist. Gott hätte das Heilmittel für die Krankheit nicht dorthin getan, wo er nicht helfen kann. Auf diese Weise hat dein Geist funktioniert, doch kaum der Seine. Er will, dass du geheilt bist. Deshalb hat er die Quelle der Heilung dort bewahrt, wo das Bedürfnis nach Heilung besteht. Wo ist die Quelle der Heilung, frage ich dich. Sag dir mal selbst, die Quelle der Heilung ist in mir. Wie fühlt sich das an? Wenn die Quelle der Heilung in dir ist, dann ist sie nirgendwo anders. Dann ist sie jetzt genau in dir. Fühle das. Schau dir das ganz genau an. Die Quelle der Heilung ist in mir. Und nirgendwo sonst. Denn wenn sie woanders wäre, würde der ganze Aufbau des Kurses im Wundern nicht funktionieren. Aber das Ego hätte wieder einmal recht. Denn das Ego sucht die Heilung im Außen. Die Quelle der Heilung ist in dir. Und Gott hat sie dorthin getan. Und deshalb wirst du auch niemals versagen können, in deinem Bestreben zu heilen. Ein glücklicher Ausgang ist absolut gewiss diesbezüglich. Und wenn die Quelle der Heilung in dir ist, ist es doch verrückt, diese nicht finden zu wollen, sie weiterhin zu dissoziieren. In deinem Geist ist die Quelle der Heilung. Welch eine Befreiung. Welch ein Frieden. Welch ein Glück. Fühle es. Fühle es. Fühle es. Kein Mensch würde mir glauben, wenn ich dir sage, dass dein Zeigefinger nicht zu deiner Hand gehört. Genauso verrückt ist es zu glauben, dass die Quelle der Heilung irgendwo anders sein muss. Sie ist in dir. Aber da wir nicht gewohnt sind, auf diese Art und Weise zu denken, bist du eingeladen, es zu fühlen. Und ich weiß, dass du das kannst. Die Quelle der Heilung ist in mir. Er will, dass du geheilt bist, deshalb hat er die Quelle der Heilung dort bewahrt, wo das Bedürfnis nach Heilung besteht. Du hast versucht, genau das Gegenteil zu tun, indem du jeden Versuch, wie verzerrt und grotesk auch immer, unternommen hast, die Heilung von der Krankheit zu trennen. Für die sie bestimmt war und so die Krankheit zu behalten. Dein Sinn und Zweck war sicherzustellen, dass Heilung nicht geschieht. Gottes Sinn und Zweck war sicherzustellen, dass sie geschieht. Heute üben wir die Einsicht, dass der Wille Gottes und der unsere hierbei in Wirklichkeit dasselbe ist. Gott will, dass wir geheilt sind und wir wollen nicht wirklich krank sein, weil es uns unglücklich macht. Deshalb stimmen wir wirklich mit Gott überein, wenn wir dem heutigen Gedanken akzeptieren. Er will nicht, dass wir krank sind. Ebenso wenig wollen wir das. Er will, dass wir geheilt sind. Das wollen auch wir. Und wenn wir hier von Heilung sprechen oder wenn wir hier von Krankheit sprechen, dann sprechen wir nicht deinen Körper an. Wir sprechen deinen Geist an. Dein Geist steht über der Materie. Dein Geist lenkt die Materie. Dein Geist lenkt den Körper. Beharre nicht so sehr auf körperliche Heilung. Lass deinen Geist heilen, damit du nicht mehr auf das fixiert bist, was dich bisher Leiden gemacht hat. Und wenn du loslässt, was dich krank macht, dann kannst du heilen. Suche die Heilung im Geiste, nicht im Körper. Wir sind heute bereit, zwei längere Übungszeiten einzuhalten. Jede etwa 10 bis 15 Minuten lang. Dir bleibt jedoch weiterhin die Entscheidung überlassen, wann du sie durchführen wirst. Wir werden uns für eine Reihe von Lektionen an dieser Regelung halten und du solltest wiederum im Voraus bestimmen, wann es günstig ist, dir Zeit für jede davon zu nehmen und dich danach so gut wie möglich an deine eigene Entscheidungen zu halten. Beginne diese Übungszeiten damit, dass du den heutigen Gedanken wiederholst, wobei du eine Aussage hinzufügst, mit der du deine Einsicht zum Ausdruck bringst, dass die Erlösung von nichts kommt, was außerhalb von dir liegt. Du könntest das so formulieren. Meine Erlösung kommt von mir. Sie kann von nirgendwo sonst kommen. Verbringe dann einige Minuten damit, mit geschlossenen Augen einige der äußeren Orte vor deinem geistigen Auge aufsteigen zu lassen, wo du in der Vergangenheit Erlösung suchtest. In anderen Menschen, in Besitz, in verschiedenen Situationen und Ereignissen und in Selbstbilder, denen du versucht hast, Wirklichkeit zu verleihen. Zieh ein, dass sie nicht dort ist und sage dir, meine Erlösung kann nicht von irgendeinem dieser Dinge kommen. Meine Erlösung kommt von mir und nur von mir. Und nun wollen wir nochmals versuchen, das Licht in dir zu erreichen, das dort ist, wo deine Erlösung ist. Du kannst sie nicht in den Wolken finden, die das Licht umgeben, und du hast danach gesucht. Sie ist nicht dort. Sie liegt jenseits der Wolken und im Licht dahinter. Denk daran, dass du durch die Wolken gehen musst, ehe du das Licht erreichen kannst. Denk aber auch daran, dass du in den Wolkenformen, die du dir eingebildet hast, nie etwas gefunden hast, was von Dauer war oder was du wolltest. Da alle Illusionen der Erlösung dich im Stich gelassen haben, wirst du dich sicherlich nicht in den Wolken bleiben wollen und dort vergebens Götzen suchen, wenn du so einfach weitergehen könntest, bis in das Licht der wirklichen Erlösung. Versuche mit allen Mitteln, die dir zusagen, durch die Wolken hindurch zu gehen. Wenn es dir hilft, so denke, dass ich deine Hand halte und dich führe. Und ich versichere dir, dies wird kein leeres Trugbild sein. Erinnere dich heute in den kurzen und oft wiederholten Übungszeiten daran, dass deine Erlösung von dir kommt und nur deine eigenen Gedanken deinen Fortschritt hindern. Du bist von jeder äußeren Störung frei, die obliegt deine Erlösung, die obliegt die Erlösung der Welt. Sage deshalb, meine Erlösung kommt von mir. Nichts außerhalb von mir kann mich zurückhalten. In mir liegt die Erlösung der Welt und die meine. Und wie fühlt es sich an, wenn du Jesu Hand nimmst, wenn du ihn bittest, dich durch die Wolken zu führen? Er wird es tun. Er ist ganz sicher da. Und er wird deiner Bitte nachkommen. Ganz sicher. Du kannst ihn in allem bitten, deine Hand zu nehmen und dich durch dieses Problem, diesen unerlösten Konflikt, diese Sorgen, diesen Kummer, diesen Mangel hindurchzuführen. Ich stelle mir vor, ich stricke dann auch wirklich physisch meine Hand aus und ich stelle mir vor, dass ich sie durch eine Wolkendecke hindurch stricke und er von der anderen Seite meine Hand nimmt und ich spüre, wie er meine Hand nimmt und liebevoll fast streichelnd hinfasst und sagt, komm mit, Bruder. Ich führe dich. So sei es. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser